Grüß Gott! Wir hatten gerade eben ein Erdbeben gehabt mit einer Stärke 5. Das heißt, das Gebäude schwankt hin und her. Und wenn ich jetzt noch die Blumen anschaue, die schwanken nach wie vor. Also das ist wirklich nicht zu spaßen. Umso wichtiger ist es jetzt, an die kreative Gesellschaft zu denken und uns zu vereinen. Und es gibt jetzt mittlerweile ein Videoausschnitt in Deutsch übersetzt. Das heißt Klima Apokalypsis. In diesem Video wird erklärt, dass sich die Kataklysumen begannen zu synchronisieren auf dem ganzen Planeten. Das sind mittlerweile Fakten, die man nicht wegredieren kann und wo man beginnen sollte zu handeln. Und die einzige Chance für die ganze Menschheit ist eben, uns zu vereinen. Warum? Weil wir dieser Synchronisation entgegenwirken können, indem wir uns auf guten Absichten, auf menschlichen Absichten uns vereinen. Und ja, den Kataklysumen kann man nicht stoppen. Das ist Fakt. Aber wir können wenigstens überleben und den größten Teil der Menschheit retten mit neuesten Technologien, die man nur in einer kreativen Gesellschaft anwenden Gesellschaft anwenden darf. Weil mit diesen Technologien kann man nicht nur schöpfen, sondern auch zerstören. Und dies ist in einer Konsumgesellschaft einfach nicht möglich, die Technologien den Menschen zu geben. Deshalb schließt euch die kreative Gesellschaft an, bevor es zu spät wird.